Der Sechsstern ist das Symbol für die Verbindung der schwere und leichte Kräfte. Wir laufen diese Form zusammen mit der zwölfteiligen Stabübung so, dass die Bewegung fast von alleine geschieht. Welche Form passt zu einer Übung, die sich mit der Leichte beschäftigt? Der Sechsstern symbolisiert in zwei Dreiecken, wo das eine mit der Spitze unten sich nach oben öffnet und dem anderen, das von der Spitze nach unten sich eine breite Basis hat, die Durchdringung der Lichtkräfte, der leichte Kräfte mit der schwere Kräfte. Und in dem Verhältnis, da erleben auch wir hier auf der Erde dann Leichtigkeit und Gelöstheit. Wenn diese zwei in einem Gleichgewicht sind. Wenn Sie das jetzt schreiten, eins, mit drei Schritten, wie es zu der Übung passt. Drei Schritte, drei Schritte nach links und wieder drei Schritte zum Anfangspunkt zurück. Dann haben Sie ein Dreieck gelaufen, wo Sie in der Spitze sind und die Basis da vorne. Und jetzt gehen Sie drei Schritte nach vorne und durchkreuzen dieses Dreieck. Und jetzt stehen Sie an der Spitze des Dreiecks, das sich nach hinten öffnet. Dann gehen Sie nach rechts hinten, eins, zwei, drei. Drei Schritte nach links, eins, zwei, drei. Und nach schräg vorne wieder zur Spitze, eins, zwei, drei. Und jetzt schließen Sie wieder drei Schritte, eins, zwei, drei, zum Anfangspunkt an. Da in der Eurydschmie der Unterschied von rechts und links eine große Bedeutung spielt, ist es beim Schreiten der Form wesentlich, dass Sie nicht der Nase nachlaufen. Dann bleiben Sie nämlich immer, wenn Sie gehen, eigentlich in Ihrer Spur. Sondern bleiben Sie, und vor allem auch mit dem Becken, frontal. Und wenn Sie jetzt gehen, nach vorne schräg, dann können Sie nämlich spüren, ich gehe in meine rechte Seite. Wenn Sie nach links gehen und das Becken bleibt frontal und die Füße organisieren sich schon irgendwie, dann spüren Sie plötzlich, ich gehe in meine linke Seite. Und wenn Sie dann weiter gehen, spüren Sie, ich gehe nach rechts, in meine rechte Seite hinein. Zusammen mit der Stabübung ist jetzt die erste Aufgabe, mal diese drei Schwingungsrhythmen in der Übung mit den drei Schritten zu verbinden. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und versuchen Sie sowohl auf den Schritt zu achten, auf die Lebendigkeit des Schwingens und dass die zwei sich verbinden miteinander, ohne dass Sie dafür Ihren Kopf einschalten müssen. In einer fortgeschrittenen Empfindungsvariante machen Sie es so, dass Sie den Stab fangen und mit dem Impuls dieser Bewegung die Schritte leiten. Das ist sozusagen Impuls und der Schritt ist drin eingebettet. Also, eins, zwei, drei, vier. Und der Schritt läuft in dieser Stabbewegung. Fünf. Und jetzt läuft das weiter, was ich hier mache. Sechs. Vor. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.